und herzlich willkommen ich mache noch mal einen moment und herzlich willkommen in part 32 ist es jetzt schon jetzt hat er so lange gebraucht dass ich jetzt überhaupt keine zeit mehr hat holz zu ich will doch mal den timer starten ja ich habe ja auch ein und stefan rennen hier fehlt noch eine treppe die wollte ich doch da auch hin bauen deswegen habe ich mir die doch gecraftet hat jemand habe ich schon gefragt kürbisse kommt ihr mal rein dass wir schlafen können nicht miteinander schlafen sondern schlafen dann geht ihr schon mal ins bett ich muss mich nämlich auslaufen ich komme so schnell nicht runter raus per die bist du bereit wer schläft eigentlich in der mitte ich schlafe am rand ich bin ihr könnt auch beide ausloggen ist mir auch egal weil jetzt bin ich halb jetzt will ich schon am haus ja 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 es wird ein spannender part wirklich da kommt er wie ein düsenjet timo du kannst schon mal ausloggen ich glaube der paddy ist jetzt eine etage zu hoch gerannt ich gehe nach rechts gehen danke das geht jetzt da irgendwas aber oh mein gott oh mein gott für jeden einen warum ist das ist wieder nein kannst du nicht kannst du vergessen wir müssen die bitten einen einen von der wand weg stellen fragt mich nicht warum das ist ein komischer wie jetzt alle wenn du alle werden einfach einen block von der wand weg also ja fragt mich nicht warum aber das ist so wahrscheinlich ist das jetzt trotzdem schon mal das schwert in die hand scheiße kennt wo ich spiele im falschen texture pack merke ich gerade wo es geht ja selbst natürlich setzt man dir das bett auch da richtig ja ja hast du aus der semer mein schwert genommen das ist wahrscheinlich kaputt gelungen ich ändern mal eben das texture pack nicht hier sondern da türbocker das schneiden wir mal glaube ich raus so lange wie der tier wieder dauert so 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 wunderbar warum jetzt geht es sieht zwar komisch aus hier aber weiß ich nicht wenn bei den nether gehen können wir ja so eine schöne glowstone beleuchtung per die tür zu wenn du raus gehst creeper so jetzt erst mal hier das passt nicht mehr kann ich nicht schön stecken nein schade wir sind hier ja ich sag doch das sind brillionen der server ein creeper problem ja hat ja das ist wirklich problem vom server creeper wir hätten den server nicht creeper nennen sollen und spinnen sind hier ganz viele die sind in der mine immer aber ich hätte noch keine spinnen wollte sich die richtig geil aussehen so richtig scheiße richtig scheiße unsymmetrisch wenn ihr laber haben wollte bescheid aber ich habe nämlich ganz viele becken davon gefunden ja stefan wie macht man das jetzt hier nee so danke so ist doch bestimmt noch einer vielleicht einmal hat einer vielleicht einmal nein doch im haus in der truhe sind zwei lehre ja 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 das ist hier muss ja warum braucht man brauchen wir lapis laluzli ja alles 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 vertraut laluzli lapis laluzli das hört sich so nach nach paul panzan lapis laluzli schöner oder oder ist aber sehr viel essen drin und welche trottel steckt denn hier nicht das fleisch viel zu viel platz weg glaube ich doch jetzt nicht wenn ich jetzt hierher gekommen da oben was wollte ich denn jetzt machen ach ja ich wollte da nach oben und die tür zu machen wollte ich hier hin und dann wollte ich erst mal das machen und dann oh ja auch noch erde ich gehe ja kaputt jetzt war ich natürlich voll blöd ne also jetzt oder eigentlich immer aber jetzt war ich noch mehr blöd ist das schlimm wenn man wenn man genau weiß dass man beim spielen beobachtet wird vom kilian sonst guckt das sich wahrscheinlich sowieso keiner an so stefan du bist so dumm wir brauchen hier unten eine workbench wo kann man die dafür sind da war ja unten weißt du was weißt du was jetzt machen wir mal wow ich habe ein achievement gekriegt schild genau schild so das und da ist nichts das war natürlich jetzt eine schlechte idee so könnt ihr mal was sagen ihr sagt so wenig hallo ja ich bin hier gerade so einen fetten erster berg am abtragen hier so einen fetten berg ja man der ist richtig fett oh so fett das glaubst du gar nicht junge ja schön 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 ja ne ach egal drauf geschissen jetzt hier ist ach was warte nix willst du gar nicht wissen da passt ich so ich glaube jetzt haben wir erstmal genug parts für die nächsten drei billionen jahre könnt ihr ja auch mal schreiben in die kommentare ob ihr das besser fänden würdet wenn wir jeden zweiten tag eine folge oder jeden tag eine folge hochladen sollen oder jeden tag zwei erfolgen nein er nicht aus was OK nikonich warum ich muss ich muss ja nicht hochladen eben aber wollte er sowieso der per die wild machen ehrlich ja d das finde ich gut von dir das was machen möchte ist ja hatten wir ja gesagt ich renne die und du lädst sie hoch aber es wird wahrscheinlich nichts weil der weil der penny dann wieder keine sinnvollen texte schreiben kann oder sich namen ausdenken gut kann ich auch nicht aber okay kann man machen das team was machst du eigentlich gerade so in der mine und mal gucken ja mal ob sie die jahren für den portal wenn er auch die die hat geht eigentlich portal jetzt hier offen multi-plaser muss anmachen musst du nicht doch normalerweise ist das an dann ist das wohl so da wo redstone ist oder sehr eng genommen weißt du doch einfach nächsten freitag kein problem adios amigos ach das war jetzt das ende schön